Das ist die perfekte Mellon, die perfekte Mellon, die perfekte Mellon, die perfekte Mellon, das ist die, die, die perfekte, das sieht es an. Das ist der Führer. Das ist die Maschinze. Der Führer. Das ist die Maschinze. Man ist die Maschinze. Der Pann. Von Anja weiß ich damit was kommt. Oh Gott. Ist mega. Hm? Ja. Ah, noch sehr. Ich dachte, ich wäre nicht da. Ich dachte, ich wäre nicht da. Alter, ich finde, das ist zu scary, oder? Bei den meisten sollen... Ich hatte noch einen ganz gefährlichen Schleiß zu tun. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe schon jetzt ohne Angst. Ich doch selber. Aber das... Ich habe gedacht... Deswegen gehe ich auch zu zweit spielen, ey. Ich habe gedacht, das ist ein Bett, wo man Sprunge machen muss, aber dann so... Ich habe jetzt nicht den Tänken nicht mehr. Sonst... Ich mache mir das eigentlich nicht so sauer. Wir spielen Runde 2. Die meisten Touren kann man ja gar nicht sein. Wir spielen Runde 2. Man ist ein Messer oder? Ja! Ich weiß nicht, dass ich nicht. Ich bin ein Messer oder? Meine liebe Lederkasten, bear me, bear me fast. Gut, stopp. Lucky Blocks. Jetzt hat mir das Pekka-Pek aufgenommen. Und jetzt die Haarenknaube. Hi Lucky. Alter, das hier macht voll lol. Ich kann nicht, Lucky Blocks hauen, das ist nicht auf. Deswegen knall ich keine Nacki-Schnacke. Lecker Nacki-Bekken. Doch, ich hatte gerade etwas an... Ah, das sind doch Nacki! Wer schnitt mich hier? Ich habe nicht nur einen gefunden. Ich bekomme nur Mühe! Ich bekomme nur ein Lacki. Ich habe etwas Gutes bekommen! Das war cool, ich habe ja einfach nur... Oh nein, ich habe einen Nächter bekommen! Oh shit! Ich muss nichts mehr... Melonen! Mir gab es nur 24, es wurde gesponnt! Ah, schon wieder Wander-Schnacke! Ich hatte euch! Noch ein Surf! Es hat noch nichts Gutes bekommen. Ich war ein Schulker. Loll! Guck mal, das sind Spawn-Ecks! Ist es nice? Lass mir in Ruhe, du dummer... Nein! Hast du Kaki bekommen? Spam! Ich sehe... Oh, hi Flo! Ich habe eine verzauberte Eis. Miragellett, jetzt reicht es mir! Der hat mir einen Stein-Smack geschmackt. Also, ich finde das ja auf jeden Fall mal cool. Ihr müsst euch mal das hier so angucken. Wir müssen einfach mal so geil sangen. Ach nee! Ich kann nichts mehr... Oh! Goldnäpfel, Goldnäpfel! Du spiel Lacki-Lacki! Schienen! Schienen und Web-Stone! Äh, guck mal... Soll ich mir... Soll ich mir damit noch einbauen? Ich kann nichts abbauen! Jetzt, äh... entknüpfe ich mir dir das... Ah, du Großes! Wow, du wieder extrem hot! Es hat noch nichts Hilfreiches irgendwie bekommen. Ich auch nicht. Ich habe gerade Schienen... Ah! Ich habe einen Diamond Sword bekommen! Oh, mit Schabern! Oh, geil! Dieses Mädchen... Ich habe einen Stock bekommen! Ist doch auch hilfreich! Soll ich damit die Nacki-Blocke verhauen? Na klar! Ich bekomme nur das Hafe! Na, das habe ich gar nichts bekommen! XP! Kann ich den Mr. Rainbow? Äh... Nochmal XP! Okay! Ja, die hat sich... Und lass mich raten noch nicht, please! Noch ein! Nein, ich hab'n Gas! Ein Gas! Nee! Uh, geil! Ich hab'n Gas getötet! Nee, ich bin wieder dieselben Blitz, ey! Wollt ihr mich gekrankt? Also... Uh, Enderperlen und Enderaugen! Ich hab' die Fünfe! Sohin freist man die Nacki-Blocke aus! Noch ein Mal! So wie der XP! Und wie der XP! Und wie der XP! Und wie der XP! Und wie der XP! Ich hab' zwei Mal hintereinander! Und wie der XP! Ich hab' zwei Mal hintereinander! Die sel... Denselben Trop bekommen! Den ich schon hatte! Uh, Diamond... Zwei Mal hintereinander wollen! Ich habe schon zwei Diamond Shorts. Ich habe nur drei Eisenschmerzen. Ich habe zwei Diamond Shorts. Ich nehme! Ah, cool! Militär. Militär. Ich würde mit dir nicht handeln. Ich würde mit dir eigentlich auch nicht handeln. Ich habe mit dir nichts. Nein! Das ist nichts. Lecky, 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 lecky. Noch eins nehmen. Die Shorts wiederholen sich irgendwie. Ja, das finde ich auch wohl. Man bekommt auch mal was anderes, aber... Ich bekomme nichts hilfreiches. Nethercrawl. Ja, wieder ein Moserstein. Wow, geil. So wiederholen! Das hatte ich für mich noch nicht gekonnt. Eine Hexe. Oh, Hexe. Hexe, 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 Hexe. Noch ein Gas. Nein, 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 nein. Zum Knuck. Der Gast ist nämlich in der Luft geschmogen. Alter. Ein Creeper. I'm in a Ripper. Mein der Creeper. Brr, 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 brr. Bei mir leckst du jetzt schon. Bei mir nicht. Und? Die Creep. Ein echt noch mehr Lucky Block, Eier. Redstone. Redstone. Geil, ey. Äh, ich hab da so ein Puzzle bekommen. Nee, nee. Das sind diese Dinger, die es im End gibt. Diese... Die auch so... Eine Diamond Stone. Eine Hexe. Eine Spirball. Eine Spirball. Eine Schwere. Eier macht es. Die Spiritualin. Eine Spirball. Eine Spirball. Eine Beiste, eine Schwere. Eine große Bوت. Sie müssen einen Aus omnönsten. kann Du bist ein super Gast, ey. Grüß dich, Maul! Gekillt. Du kannst gern wieder herkommen. Obwohl, ich wollte eigentlich mal wieder einen Moppen. Ich will Mr. Rambles! Lol, Leder, Kappe und Oh, hier sind meine Kniemänner. Kann ich den Aufnehmen auch noch? Ist auch mein Inventar so voll. Das meiste, was ich drin hab, ist Molle. So viel Lucky Black. So viel Lucky Black. So viel Lucky Black. Was hast du bekommen? Ich hab nur eine goldene Tester bekommen. Ist ja nix mit dem Nacken. Ja! Wie war das? Ist mein bisschen Molle nicht? Und hier, wenn du im Wasser guckst, dann müsstest du irgendeine Menge Molle finden. Oh, Jesus! Oh, Jesus! Oh, mein Gott! Das hat mir auch in meinem Boden. Quick, grab my hand! Chris, please! Quick, touch your hand up against my hand. Touch your hand up against the glass. Ich hab hier nicht mehr Elf rum. Ja? Also, ich hab... ...15 Rote. Ich hab nicht Appau. Ja. Ich hab nicht Appau. Es kann nicht Appau. Ich kann nicht Appau. Ich kann nicht Appau! das ist die Erkrankung die Rufkrusher hat's am Armin oh 50 miles an an 50 miles an an oh 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 mein Gott!